Auch wenn Kontinente zwischen uns liegen, ich werde immer bei dir sein. Ich weiß. Das große Sardines TV-Event. Michael ist nicht tot. Ich bin keine Witwe. Noch lange nicht. Und die werde ihn suchen und finden in der Hölle, wenn es sein muss. Sie kämpft für das, was sie lebt. Die Rache der Wanderhuhrer. Am Dienstag um 20.15 Uhr in Sat.1.